Am gestrigen Freitag haben wir noch einmal so ein wunderschöses Frühherbstwerterkau über dem Breger zur Wald. Der Nörbel, der ist zum Teil bis in vorderen Breger zur Wald hineinzogen, aber auch bis ins obere Rittal. Und der hat sich dann im Verlauf vom Vormittag bzw. bis Mittag zunehmend aufgelöst und hat sich zurückgezogen, hat sich dann aufgelöst. Also für alle die Gäste in der Berg waren noch traumhafte Bedingungen. Und heute schaut das Ganze ganz anders aus. Wir haben es zum Teil mit dichter Wolken, zum Teil auch schon ein erster Rägerspritz, der sich in der Berg gehe hat. Und im Tal ist das noch nicht angekommen, aber am Nachmittag, kann ich euch jetzt schon sehen, da wird es wahrscheinlich vorübergehend verbreitet, nass wäre er im Ländle. Und damit begrüße ich euch zum heutigen Wetterring Regionalwetter. Schauen wir uns den Satellitenfilm an und da sehen wir, dass ein kleines Tüftdruckgebiet von der Baleare jetzt umgezogen wird Richtung Italien. Und das dürfte uns denn morgen am Sonntag Nachmittag noch einmal verbreitet, dichtere Wolken bringen. Aktuell beschäftigt uns aber das Wolkenband über der Schweiz, auf Deutschland bis Frankreich auch. Das bringt aber heute am Nachmittag ein paar schwache und nicht allzu ausgiebige Niederschläge über dem Ländle. Wir sehen das hier auch genau im Radarfilm vom Wetterring Profi-Wetter, sehen wir auf unserer Website, dass es am Nachmittag über Flächendeck noch einmal kurz regnen kann. Viel kommt nicht zu haben, wahrscheinlich so um die 2 bis maximal 10 Liter ein Niederschlag. Und im Lauf des Orberts, beziehungsweise in der Nacht, ist der Spucker schon wieder vorbei. Die Schneefallgrenze sinkt dann am Orbert so gegen 2500 Meter. Und die Temperaturen, die bewegen sich heute nicht allzu viel. So 10 Grad in der Früh, 15 Grad am Nachmittag und denn über Nacht wird es wahrscheinlich so auf die 11 Grad abkühlen können. Der morgige Sonntag, der startet dann aber schon wieder ein bisschen freundlicher. Ein bisschen ist gut gesehen, weil wahrscheinlich haben wir im Bodenseeraum eben noch Nerbel vorhanden. Zum Teil ziehen auch hohe, dünne Schleierwolken drüber und Temperaturen, die starten so bei 10 Grad oder 11 Grad in der Früh und schaffen es aber untertags nur so auf die 14, 15 Grad. Je nachdem, ob die Sonne noch kurz einmal durchkommt und wenn sie durchkommt, dann wird sie eher so milchig durch die hohe Wolkenschicht durchschienen. Am Nachmittag wieder Wolkenaufzug, vor allem im Montaforn, im Rätikon und im Verwallgebirge. Da kann es dann auch wieder einmal kurzzeitig nass werden, ganz im Norden soll es auf jeden Fall trocken bleiben, aber auch dort wird man den Wolkenaufzug spüren. Ja und Temperaturen, die blieben auch im 2000 Meter Bereich relativ mild, sodass die Schneefallgrenze morgen auf etwa 2700 Meter wieder ansteckt. Also nur im äußersten Hochgebirge, darum gibt es ein paar Schneeflocken, die dazu kommen und das war es dann auch schon morgen am Nachmittag oder beziehungsweise am Abend mit einem kurzen Niederschlag. Schauen wir uns den weiteren Ausblick an, am Montag dürfte es weiter allgemein ein bisschen freundlicher werden. Sonne und Wolke wechseln sich ab, die Temperaturen, die blieben für die Jahreszeit auf jeden Fall noch im zu milden Bereich. 10 Grad auf 2000 Meter, knappe 20 Grad, je nachdem wie die Sonne durchkommt, über dem Rittal oder auch im Wallgau. Ja und am Dienstag könnt ihr mal einen kurzen Schwall wieder füchtere Luft geben, die von Südwestern zu uns reinkommt. Meistens blieb es aber trocken und es handelt sich nach wie vor um ein Mix aus Sonnenski und Wolken und das gilt auch für den Rest der Woche. Am Mittwoch könnt ihr von Norden her noch ein bisschen mit kühlerer Luft, ein bisschen Nebelbildung gehen, speziell im Bodenseeraum und im Rittal. Und am Donnerstag wahrscheinlich denn recht freundlich. Vor allem mit dem Berg dürfte die kommende Woche doch passables Wanderwetter bringen. Schauen wir uns da weitere Trend an, da haben wir aufgehört am Donnerstag, danach dürfte es langsam wieder ein bisschen rauf gehen mit der Temperaturen. Das könnte sich, dass ein Tiefdruckgebiet über der britischen Insel öse eine warme, eine milde Südwestströmung bringt. Warme Luftmasse vom Mittelmeer und die könnten dann über das Wochenende auch eine Föhnwetterlage über dem Ländchen bringen. Mit eben einer warmen Temperatur, zum Teil auch Sonnenski und vielleicht haben wir dann doch noch ein paar Tage alt wie bei Sommerwetter. Davor hat es allerdings ganz anders ausgeschaut, wir sehen auch noch diese Bandbreite von den Modellberechnungen. Das bedeutet, es könnte allerdings noch ein bisschen wärmer werden, also deutlich über 20 Grad. Oder es geht dann doch noch kälter auch und da sind wir jetzt überhaupt noch nicht sicher, wie es ab der übernächsten Woche weitergeht. Schneetechnisch können wir es eh wohl noch nicht sehen. Zuerst hat es hier ausgeschaut, als geht es sogar bis in höher gelegene Tellerrahe schnee. Der Trend ist momentan auf Eis gelegt, schaut nicht nur noch aus, aber ihr könnt mitmachen bei unserem Wettering Schneetippspiel. Es lohnt sich, es gibt acht tolle Preise, die ihr da gewinnen könnt. Alles was in der Dormand ist, mit eurer E-Mail-Adresse und euren Namen euch registrieren. Und seht ihr, wenn eurer Meinung nach der erste Schnee in der Montfortstadt Völkich bei der Schatterburg auch kommt. Wir haben schon mal keinen Anfang Oktober, der späteste Termin war auch schon erst im Jahr danach, also Anfang Januar. Und damit seht ihr, es gibt eine große Bandbreite, aber euer Tipp, wenn ihr passt, der gewinnt einen von diesen acht tollen Preise. Ob es denn eben winterlich weitergeht Ende Oktober oder ob wir es denn doch noch mit einem schönen Wander-Oktober und goldenen Oktober zum Tor haben. Das schauen wir uns in der kommenden Woche an. Mir würde es freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren, unseren Daumen nach oben gehören, wenn euch das Wetter-Video gefallen hat. Mein Name ist Lukas Alton und ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschöses Wochenende. Tschau miteinander.